Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tales of Symphonia. Ja, da sind wir wieder. Wir sind etwas zurückgesetzt, weil wir wohl... Ich hab ja gefragt, wo dieser Zeitpunkt ist, wo wir... Naja, diese verschiedenen Möglichkeiten hatten. Ich weiß jetzt, ich muss jetzt erstmal ganz kurz mich orientieren, wo ich bin. Da hatte ich ja gefragt und da hieß es, ja, mitten in der Stadt. Wo wir gerade, wo wir also in der gestrigen Folge waren, mitten da. Da ist dieser Punkt scheinbar. Und den machen wir jetzt. Den Doktor... Halt, warte, 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 warte. Ich musste noch den Kampf gerade eben machen gegen die drei Engel. Wir kennen es schon, ich überböbble das einfach. Lass es mich überböbbeln. Okay, warte, ich kann ja auch hier drin speichern. Ich kann doch auch hier drin speichern. Ich tue ja gerade so, als ob ich nicht hier drin speichern kann. Okay. Hier soll das nämlich sein. Hätten wir uns hier mal schon hingestellt. Okay, ich soll einen anderen Spielstand machen. So, ich mache jetzt Spielstand 5. So. Es geht wohl insgesamt dreimal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt... Ich muss jetzt selbst mich orientieren, wie das hier jetzt überhaupt abläuft. Aber wir wissen, wo das Krankenhaus ist, glaube ich. Weiß ich, wo das Krankenhaus ist? Da. So, sei das Quatsch wieder mit sich selber. Der alte... Der alte... Typ. So, der... Der Arzt, den niemand vertraut, weil der einfach nur ein geldgeiles Sau ist. Wir hassen ihn. Können wir ihn eigentlich im Endeffekt nachher noch umbringen? Profil-Freund. So. Da wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, was passiert. Wer ist es? Komm mal in. Lloyd, habe ich dich erwartet? Es ist draußen draußen. Ich habe mich gefragt, warum es so kalt war. Ja, es ist wirklich kalt. Du klingt sicher glücklich. Ja, ich meine, ich kann eigentlich sagen, es ist kalt. Ich bin so glücklich. Das ist richtig. Du konntest nicht so etwas wie das, nur ein bisschen vorhin zu fühlen, hm? Sag, Lloyd, wenn du nicht das kalt war, möchtest du einen kleinen Weg gehen? Und jetzt sollen wir Nein machen. Nö. Oh Mensch, das ist ja voll Sünde. Wer ist es? Können wir Ihnen einen Moment mit Ihnen sprechen? Hey, Professor. Was ist denn? Ich wollte draußen gehen, um den Schnee zu sehen. Würdest du mich mitnehmen? Ja. Ja, hier soll ich Ja sagen. Also, ne? Wir sagen hier jetzt erstmal Ja. Es ist so wunderschön, wie die Schnee kann aus einem Jet Black Sky fallen. Es ist schwer zu glauben, dass du etwas so sagen würdest. Obwohl ich muss mit dir agree. Du bist auf der Lachen. Entschuldigung. Lloyd, was du jetzt planst du machen? Wir müssen nach Daris Carlon gehen. Ja, es ist Zeit, dass wir das alles bequen. Ja, ich weiß, was ich muss. Ich weiß, was wir tun? Verlust die Origin-Seal? Verlust die Recht, um den Eternal-Sword zu gewinnen, und benutzen sie, um die Welt zu verbreiten. Obwohl sie sagen, dass Menschen nicht die Eternal-Sword zu nutzen. Das ist nicht das einzige Problem. Um das Ziel zu erreichen, musst du nicht nur die Mythos, aber auch die Kratos. Ich weiß, ob es eine andere Weise gibt. Wie mit Colette. Vorher habe ich nur gesagt, dass es keine gibt. Wirklich? Ja. Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, dass es nicht verändert werden kann in dieser Welt. Und jetzt nicht? Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, dass es nicht verändert werden kann. Aber ich glaube, dass es nicht so schlecht ist, dass es in Möglichkeiten gibt. Obwohl ich mich ein bisschen nervös über diese Veränderung selbst. Ich weiß, was es war, was dich verändert hat. Erinnerst du dich über die Snowfläche? Wie, wenn sie unter einem Magnifizierung sehen, Sie sehen, dass sie komplexe, kristallische Formen haben? Uh, was? Sie haben sie? Ja, sie sind. Sie sind. Sie sind schön, kristallische Kräste, die respektieren von Konifern. Konifern? Keine Ahnung. Sie sind. Insofern, auf der Temperatur und Humidität, die Snowfläche werden komplett unterschiedlich verändert. Und so? Sie sehen alle wie der gleiche Kohle, aber in der Realität, sie sind sehr sensitiv an die Umwelt umgekehrt. Oh, ja. Ich verstehe das, aber... In anderen Worten, die Temperatur um mich verändert hat. Oh, ich verstehe. Du sagst, dass du etwas verändert hast. Ha, ha, ha. Obwohl, es würde so sein, dass meine Kohle-Source es überhaupt nicht erinnern hat. Danke, dass du mich aufhörst. Wir sollten zurückgehen und resten. Für morgen wird vielleicht unsere letzte Kampf. Ja. Ja. Ich glaube. Leute, wie ist Altesa? Ja. Es scheint, dass er in Gefahr ist. Right now, einige Leute von Mizuho und der Doktor sind über ihn. Gut. Ich muss mit allen Dingen sprechen sprechen. Der Welt wird niemals verändern, wenn wir nur für Crucius für den nächsten Schritt machen, richtig? Also, diese Zeit, wir werden sie zuerst. Well, also, Sie sind endlich bereit, zu machen. Wir werden Crucius. Ja. Ich habe zwei Objektivitäten. Ich habe zwei Objektivitäten. Ich glaube, dass ich einen Schrauch mit einem Schrauch wäre. Nehm dich über das. Ich habe es verletzt. Was bist du? Warum denkst du, dass ich die Schrauch magischen Schrauch verwende? Ich habe die Schrauch magische Injektion mit den latesten Technologien in Teteala. In anderen Worten, ich bin ein Mensch mit Elven Blut in mir. Das sollte es funktionieren, nicht wahr? Dann glaube ich, dass dies der finalen Kampf wird. Entstanden. Wir lassen uns das enden. Für die Sache, um die Welt zu unieren. Ja, ich werde auch mein Bestes machen. Colette, ich brauche dich zu bleiben. Warum? Sie wollen dich als Vessel des Martels. Wir werden either Mizuho oder die Renegade schlagen dich. Wenn... das ist das, was du willst. Nein, ich werde auch. Aber... Ich verstehe. Du denkst nicht, dass du sie kannst. Das ist so schade. Was hast du gesagt? Keine Angst, Colette. Ich, der Great Zellos, versuche dich zu retten. Zellos! Geh sie mit, Lloyd. Sie werden nach ihr, wo sie ist. Du solltest das jetzt wissen. Sei ein Mann! Show ihr, was du bist! Was hast du gemacht? Wow! Wir haben eigentlich die gleiche Meinung nach. Sorry, Lloyd. Aber ich glaube mit Zellos. Okay. Colette kommt mit uns, okay? Danke, Lloyd. Und alle anderen, auch. Und alle anderen. Das ist das, was du. Kann Teteala wirklich haben technologie wie das? Das stimmt. Für eine gewisse Grunde. Okay. Wir gehen auf einen Krucius-Bund, Lloyd. Zellos, ich vertraue dir. Was? Was sagst du denn? Natürlich kann ich verstehen, dass du mich betrachtest. Schau einfach deine Hoffnung in mir. Hoffnung, hm? Ich hoffe so. Ja, ja, komm mal, los geht's! Okay, das ist Colette, was wir gleich laden müssen. Keine Daten, so. Kann ich von hier aus laden? Ja. Laden, dann müssen wir jetzt die 5 laden. Ja, Zellos fehlt in der 5, weil, ja klar, logisch. So. Hopplahu und Wobblavu. So, jetzt haben wir, ich denke, müsste jetzt doch rein theoretisch, äh, Genius kommen, oder? So, von der Theorie her. Oh, ich frag mich was, ab, ab. Es soll, es soll ja Szenen geben dann, aber... Sind das schon diese Szenen? Hm. Ich weiß es nicht. Und hat das irgendwann, es hat das, es hat das irgendeine Auswirkung, wen ich jetzt nehme? Ich bin so völlig aufgeschmissen. Ich weiß, ja, ich lass mich reinwerfen. Ich wollte, äh, ja, nur wissen, wann es, wann es soweit ist, dass das kommen sollte. Boah, nee, ey, ganz ehrlich, nee, alter, ganz ehrlich, will ich nicht. Ja. Ja. Das ist richtig. Sag ein bisschen. Willst du gehen? Nein. Oh, ich bin... Nein! Wer ist es? Sie stehen Schlange an der Tür. Die Chicks. Hey Professor. Ich... Nein. Ich bin sorry. Ich sehe. Dann werde ich dich allein verlassen. Wer ist es? Ich bin ich. Ich bin ich. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Ich wusste, warum es so cold war. Sie sahen. Wir gehen nach ein bisschen. Sie sahen. Es wird Spaß. Nahtal annoy. Sie sahen. Es ist wohl расс presents, wenn und dies entspricht. Wir schauen leider an so viel. Da sind es so viel Lock, weil es so warm wird. Ha peut-bei man sind ja clean. Herr, du machst immer eine Tabee. Traurig istvort imperatives zu machen. See, I told you. Hey, you okay? Yeah, I'm okay. Are you crying? Did you hurt yourself? Huh? No, it's not like that. I just got a little scared. Of what? I just thought about Mythos as an angel. He probably wouldn't notice that it's so cold. Maybe. Maybe he just wants to reject everything about who he is. Being human, being elven, even being half-elven. Tomorrow, after we make sure Altesa's okay, we're going to finally put an end to all this, aren't we? Huh? Why do you ask? Yeah, that's the plan, anyway. Then, is it okay for me to take Mythos aside for just a minute? What? I can kind of understand how he feels. Just a little. Really? When we were chased out of Vizalia, I... I cursed the fact that I was part-human. I couldn't stand it. I see. When Rain and I were refused at Heimdall, I was so embarrassed and frustrated. Yeah. I'm neither human nor elf. Neither side will accept me. Yet unless I belong to one of them, neither will recognize my very existence. Are you opposed to fighting Mythos? No, it's not like that. I certainly can't forgive him for the things he's doing. But it pains you, right? Well... Even if we defeat Mythos, I don't think we'll truly have defeated him. Yeah. Humans, elves, and half-elves. All of us have to change. Can everyone really change? We can't give up. Everyone has the right to live in this world. To see this scenery. At least, that's what I think. You're right. You've been really stubborn about not giving up. Can't you think of a better word than stubborn? Maybe I'll try being a little stubborn, too. You sure know how to push a guy's buttons. Oh, well. Chew! It's getting pretty cold. Want to head back inside? Yeah. Sounds good. Thanks, Lloyd. Hmm? For what? For just treating me like... Treating me like what? Nah. Never mind. What was that about, Dork? Ich hab das Gefühl, dass alle in uns verliebt sind. Geht es jetzt darum, um wen ich heirate am Ende des Spiels? Colette, Wayne oder... The Genius? Ich überspring's wieder, ne? Wir kenn's ja. Wir haben, glaub ich, noch ein vor uns. Wenn wir nochmal Nein sagen und sagen, vergesst euch jetzt mal aus meinem Zimmer, mein ich hab gerade mal die Dudel draußen. Doof, dass man's nicht überspringen kann. Pathetic, wollte er sagen. Nicht sad, pathetic. Psst. So, und jetzt soll noch etwas sein. Okay. Die erinnern sich da auch nicht, ne? Ich verlasse mich auf dich. Ja. Oder kommen Zellos noch rein? Oh Gott, das wär schlimm. Zellos hätte ich ja gar keinen Bock. Okay. Das ist Genius. Genius ist 7. Wir gehen wieder zu der 5. Ging 3 Minuten schneller. Wir gehen wieder zu der 5 und machen den ganzen Lachs nochmal. Ich glaube, Altesa wird so immer sterben. Danach gehen wir ins Casino. Scheiß auf Altesa, Mann. Der packt das schon. Mensch, ich wollte da nicht mehr als eine Folge aufnehmen, aber wenn das so lange dauert, dann... ...wird das nichts. Gleichheit 9. Ja, Döt, Döt, Döt. Ich hab mir so ein bisschen... Ich... Ich... Eigentlich sehe ich das. Es geht ja weg mit denen, ne? Eigentlich ist ja gar keiner... Ich hab ja die Hoffnung, dass es China ist, aber... China ist einer... Die Leute hassen mich dafür. Vielleicht ich sie China nenne. Ich will Colette nicht heiraten. Oder Wayne. Oder... China heiraten. China ist hot. China hat Ausschnitt. Oh, ich bin alles glücklich. Who ist es? Na, komm rein. Could I speak with... Hey, Professor. I want to... Nein. I'm sorry. I see. Then I'll leave you alone. Who is it? Oh, da kann ich gar nicht. Was hieß doch? Ich soll... Wow. Everything is so quiet when it snowing. Ist nicht verwirrt. Okay, konnte ich gar nicht, hä? Sieh's doch. Ja, wir... Sonst, wenn ich den Stimmen im Schnee folge? Was? Hey. Hm. Also, ich würde mich jetzt für die... Für die... Für die... Für... Für Wayne entscheiden. Hey. Ich klicke es nur mal schnell durch. Äh. Hab ich was verpasst? Huh? Oh. Ich dachte... Vielleicht... Ich dachte... Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Das hieß irgendwas. Ich soll noch, ähm... Naja, den Stimmen im Schnee folgen nachts. Aber... We're going to find... Huh? Then... Is it okay for me to take... What? Hab ich was verpasst? Ich will nichts verpassen, deswegen. Ich... Ich... Ich will nichts verpassen, äh. Are you... No. But... What... Yes. Can... We can... No. You're... Jetzt hab ich aber auch echt nicht drauf geachtet, wegen... Ja und Nein, vorhin. Vielleicht so in der Stadt, ohne dass wir zum Doktor gehen, aber das wäre ja auch doof, oder? Boah, wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen morgen mal eine Folge ausfallen, dass das genügend Vorlauf ist, dass ihr sagen könnt, ob ich jetzt richtig bin oder nicht. Das macht mich fertig. Ich will nichts verpassen. Ich will noch nichts verpassen. Guys, it's pretty good, the woods of the... Wow. Yeah. Irgendwas hieß noch mit den Steinen, die hat er geschrieben, was mit dem Stimmen im Schnee oder sowas, aber... Vielleicht verstehe ich das jetzt noch falsch oder hab's falsch in Erinnerung. Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Es ist jetzt alles gespeichert. Wir sind vor den Gesprächen und zweimal nach den Gesprächen. Also würde ich jetzt einfach sagen, ich mache jetzt hier Schicht im Schacht und aus. Ganz einfach. Und dann lassen wir, glaube ich, morgen eine Folge ausfallen, weil ich echt nichts falsch machen möchte. Was heißt falsch machen? Ich möchte... Ja, ich weiß, ich fluche die ganze Zeit über das Spiel, aber ich möchte trotzdem das alles mitnehmen. Ich will es trotzdem alles mitnehmen. Ja, wir haben jetzt die ganzen Speicherpunkte auf jeden Fall angelegt und ja, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und ihr schreibt mir das ruhig in die Kommentare, ob ich irgendetwas falsch verstanden habe oder ob ich jetzt noch irgendetwas machen kann oder ob ich einfach weitermachen kann mit... Wir werden dann Chinas Aufgabe machen. Wir kriegen da zwar nur scheinbar eine dunkle Waffe, so wie ich Minako verstanden habe, aber wir werden trotzdem diesen Einzelkampf mal machen. Warum nicht? Lass uns den einfach mal machen. Na gut. Ich bin jetzt raus und ja, bis übermorgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.